Bei Mads Reparatur der defekten Antriebswelle läuft's nicht ganz so rund. Zu groß. Der ist aus einem anderen Modell. Dachte, ich könnte die alte Welle mit einem neuen Gelenk reparieren. Immer alles voll Schmiere. Raus mit den Sicherungsringen, dann kann ich das Gelenk rausnehmen. Jetzt raus mit dem alten Kardan-Gelenk. Schenke ich dann Andreas zum Geburtstag. Und er kann's als Kette um den Hals tragen. Jetzt nur noch die Kappen rausschlagen. Das gleiche auf der anderen Seite. Auch wenn du davor keiner warst. Nach einer Zeit am Palmer River bist du ein Mechaniker. Ganz sicher. Und da hab ich mein Gelenk. Das Ding ist gut abgedichtet. Eigentlich sollte es noch gut geschmiert sein und seinen Job machen. Wie läuft's? Nicht wirklich gut. Ist das die Kaputte? Nein, ist sie nicht. Jetzt hab ich echt das falsche Teil zerlegt. Ist mir noch nie passiert. Ich werd alt. Jetzt sind beide kaputt. Sieht so aus. Keine Brille aufgehabt? Es sollte schnell gehen. Richtig peinlich jetzt. Ist mir noch nie passiert. Das da ist die Kaputte. Ich hab's ja einfach verwechselt. Jetzt hast du gar keine Welle mehr. Was natürlich der absolute Knaller war, das Scheißding auszubauen, was Matti als Ersatzteil brauchte, war ja schon Arbeit. Aber dass es dann noch kaputt schlägt, nämlich die gute Seite kaputt schlägt, da gehört schon einiges dazu. Also hier fragt man sich, Brille oder Alter, an irgendeinem Punkt wird's gelegen haben. Vielleicht passt ja die Antriebswelle aus meinem alten V8. Den wollte ich eh zerlegen. Das letzte mögliche Ersatzteillager ist Matts alter V8. Mit dem hatte er einen schweren Unfall. Mit der Nummer hab ich meine Lektion gelernt. Keine Versicherung und ein 50.000-Dollar-Auto geschrottet. Die Welle ist auch nicht okay. Aber immer noch besser als die andere. Für den Diesel wird's reichen. Immer muss man sich hier unter Autos quetschen. Ich trete das Ding einfach raus. Da kommt es. Weißt du was? Ich hab so die Schnauze voll vom Goldzuch. Das auch nicht. Oder doch? Aber das ist der Kaputte. Jetzt musst du alles wieder zerlegen. Warum ich? Keine Lust? Jetzt mach schon. Aber dann hilfst du Andreas und gehst nicht ins Camp. Alles klar. Er hat's verbockt und dann bleibt's wieder an mir hängen. Immer das Gleiche. Wenn die Anlage mal läuft, kann man schon ein paar Unzen am Tag machen. Manchmal sind's zwei oder drei. Hatte auch schon mal vier an einem guten Tag. Aber wenn der Goldpreis gerade passt, sind auch zwei Unzen völlig okay. Andreas füttert weiter die Trommel. Matt checkt, was die Reparatur an seinem Auto macht. Und? Passt. Ist immer noch locker. Aber besser als vorher. Mach dich mal locker. Um die Reifen kannst du dich selber kümmern. Ich mach ja schon. Und, wie sagt man? Danke! Ryan ist wahnsinnig gut, wenn irgendwas zu reparieren ist. Er kann improvisieren. Gut, dass er da ist. Endlich fertig. Hoffentlich hält's. Es wird Abend am Palmer River. Matt's Lees-Nachbar Greg kommt zum Essen. Und um seine Bezahlung zu erhalten. Wie wär's mit Bier und Essen? Warum nicht? Klingt gut. Toller Waggie. Hast deinen eigenen Kühlschrank dabei? Ja, hab auch Bier mitgebracht. Top gekühlt. Was? Damit kühlst du? So geht's hier im Busch. So geht's hier im Busch. Bis zum nächsten Mal.